Leider muss ich sagen, prüft YouTube fast jedes meiner Videos und was dazu führt, dass kaum Werbung geschalten wird und damit natürlich auch enorme Einbußen verspüre. Deshalb vergesst nicht, wie wichtig das Kommentieren, das Liken und das vor allem das Teilen ist, denn Teilen ist heilen, auch wenn es nicht erlaubt ist. Aber gerade in dieser schwierigen Zeit momentan von YouTube, dass solche Kanäle auch einfach bestehen bleiben können. Und damit meine Videos natürlich auch weiter vorgeschlagen werden, weil das ist natürlich auch eingeschränkt, wenn die noch nicht wissen, ob das Video überhaupt bergefreundlich ist. Ich meine, ich biete hier Videos von über 100 Euro pro Video an, aufgrund von kostenpflichtigen Studien. Das ziehen natürlich auch Leute auf YouTube, weil der Content natürlich extrem hochwertig ist. Und naja, dann wird mir als Danke halt irgendwie noch Geld minimiert, beziehungsweise gestrichen und vermutlich auch irgendwie Reichweite. Das finde ich sehr traurig auf jeden Fall und ich hoffe, das legt sich auch bald. Naja, wir starten mal mit dem Video, damit ihr mal Bescheid wisst, was so Sache überhaupt auch ist, neben den Kulissen, beziehungsweise hinter den Kulissen von Rovigan am Nimmelt. Gut. Auf jeden Fall wollte ich jetzt mit dem Video mal starten. Und ich habe bereits ein Video gemacht, in dem ich dann gezeigt habe, dass Fluorid im Durchschnitt ein IQ um 10% senkt. Alles anhand von Metastudien und so weiter. Siehe hier, ja, eine Studie, bla bla bla, 36 Dollar übrigens, ja. Dort habe ich dann gezeigt, dass Mäuse fünfmal häufiger starben, wenn ihnen Aluminiumfluorid verabreicht wurde. Oder dreimal häufiger bei Natriumfluorid. Dann habe ich ebenfalls in einer Studie gezeigt, dass die Konzentration im Vergleich zum Knochen und Gehirn die Zierbeldrüse die höchste Akkumulation aufweist. Dann wurden verschiedene Arten von Wildenden geprüft und alle zeigten das gleiche Schema, am meisten Fluorid in der Zierbeldrüse akkumuliert. In einer weiteren kostenpflichtigen Studie wurden alte Menschenknochen und Zierbeldrüsen verbrannt. Anhand der Asche konnte man darauf hindeuten, wie viel Grammelement sich dann dort drin noch befand. Weil Elemente kann man nicht zerstören, ja, oder in Anführungsstrichen erschaffen. Wobei mittlerweile, naja, auf jeden Fall diese anorganischen Verbindungen bleiben halt immer übrig. Und darauf kann man dann rückschlüssen ziehen, ja. Was man noch sagen muss, ist Calciumfluorid, ja, das ist eine sehr häufige Verbindung, also stöchometrisches Verhältnis, ein Calcium auf zwei Fluorid, ne. Weil Calcium zweifach positiv geladen ist, das heißt, und Fluorid nur einfach negativ, das heißt, man braucht zwei Fluorid, damit man das zweifach positive Calcium absättigt, ja, ganz logisch. Das heißt, es müssen doppelt so viel Fluor vorkommen wie Calcium. Interessanterweise ist genau das Gegenteil der Fall. Und wie man hier sehen kann, es liegt kein Punkt irgendwie auf dem Graphen. Das Verhältnis Calciumfluorid ist gerade, ja, hier schwarz, in der Zirbeldrüse völlig eskaliert in älteren Menschen. Auch gibt es eine Studie, die darauf hindeutet, bei Kindern, dass es zu Neuronfehlbildungen beiträgt. Fluorid hat eine hohe Affinität, also fühlt sich hingezogen, zu mineralienreichen Gewebe. Das Gehirn weist eine relativ niedrige Affinität zu Fluorid auf, aber es gibt dort weiche Gewebe, ja, welches eine sehr, sehr hohe Mineraliendichte aufweist, zum Beispiel die Zirbeldrüse. Und jene neigt dann durch das Calcium, zum Beispiel Calciumfluorid, zu Verkalkungen, wie ihr auch in der Studie sehen könnt. Calcification. Etwas Calcium ist wichtig, da es auch ein Neurotransmitter ist, das heißt so Reizweiterleitung, ja, fundiert. Ja, es dient sozusagen auch als Zentrum der Intuition und ist beteiligt natürlich Hauptaufgabe, sozusagen Produktion des Melatonin, ja, kennt ihr alle. Gut, wer da mehr wissen möchte, der kann gerne nochmal in ein Video reinschauen, was ich oben schon verlinkt hatte in den Infokarten. Da Fluorid in bestimmten Verbindungen sicher Eigenschaften auf unseren Körper, wie zum Beispiel höhere Mortalitätsrate bei Säugetieren, in Versuchen, IQ-Senkungen und so weiter veranlasst, Neuronschäden, können wir jetzt einfach mal 1 plus 1 zusammenzählen. Die Frage ist, wie bekommen wir das Zeug überhaupt wieder aus unserem Körper heraus. Zunächst möchte ich drei Stoffe zeigen, die Fluoridschäden dauerhaft negieren, beziehungsweise lindern. Es gibt Elemente, die anscheinend eine sehr, sehr positive Wirkung auf die Nebenwirkungen von einer ungünstigen Fluoridverbindung haben. Wie zum Beispiel Maobab Bascha 2011 in Ratten untersuchte, ja. Man sieht hier, dass Natriumfluorid die Geschlechtsreife, beziehungsweise die Fähigkeit der Hoden und der Eierstöcke massiv einschränkt. Durch die Aufnahme von Selen oder Vitamin E wird das wieder immer weiter zu einem Normalwert gebracht. Unter anderem das Durstgefühl konnte weiter normalisiert werden, seht ihr hier. Und das Gewicht der Säugetiere ebenfalls normalisiert. Ich konsumiere drei Paranüsse täglich in Bioqualität aus der Wildsammlung. So halte ich meinen Selen- und Vitamin-E-Spiegel hoch und schütze mich so entsprechend auch vor Fluoridschäden. Alles weitere auch Infos in der Infobox zu finden und in den Kommentaren. Shavi Sharma und sein Team legten 2014 eine wissenschaftliche Studie an zum Thema Neurotoxizität in Säugetieren durch Fluorid und Behandlung durch Kurkumin. In dieser Abbildung geht es um Melandialdehyd. Das habe ich bereits schon mal erklärt. Das ist sozusagen, es entsteht durch Oxidation von Fettsäuren, durch oxidativen Stress und gilt als Marker für oxidativen Stress im Gewebe. Fluorid löst also oxidativen Stress im Gewebe aus. Sieht man hier. Aber in der Verbindung mit Kurkumin, da es ja die Blut-Hirn-Schranke überwinden kann, das Kurkumin, 25% weniger. Interessant ist auch, dass ohne Fluorid Kurkuma alleine schon den oxidativen Stress senkt. Weiter wurde die Lebensfähigkeit von Neuronen gemessen und man sieht hier, dass die Kontrollgruppe blau höher liegt als gelb. Fluorid und damit senkt Fluorid die Lebensfähigkeit von Neuronen. Und hier ist auch erklärt, die Senkung des IQs. Klar, aufgedeckt ist das hier. Und man sieht auch, dass Kurkuma plus Fluorid, dies puffert im Braun. Und in Schwarz sieht man hier sogar, dass Kurkuma ohne Fluorid die Lebensfähigkeit noch mehr erhält, als in den Kontrollgruppen, wo sowieso gar kein Fluorid zugesetzt worden ist. Nur als kleiner Tipp, wer Kurkuma nicht wirklich mag und sein Geld nicht für teure Kurkuminpräparate ausgeben möchte, da die Bio-Verfügbarkeit wirklich zu wünschen übrig lässt, den kann ich eine Kapselmaschine empfehlen. Und kauft sich einfach Bio-Kurkuma-Pulver und vegane, leere Kapseln. So mache ich es auch und dann kann man sehr simpel sich seine eigenen Kapseln herstellen, zu sehr günstigen Preisen dann dementsprechend auch. Verlege ich auch mal alles in der Videobeschreibung. So kommen wir nun zum wirksamen Mittel zur Ausleitung, was ja auch die meisten Treffer in der Studienlage hervorruft. Und nein, ist es sicher nicht, dass Jod da logische Lösung mit Vorsicht zu genießen ist und auch Schäden hervorrufen kann, wie Hashimoto. Es ist die Tamarinde, ja, es ist eine Schote, eine Art Hülsenfrucht. Schauen wir mal in die Studienlage. Wir haben hier eine kostenpflichtige Studie und hat Day und sein Team 2011 Versuche mit Fluorid und Tamarind an Säugetieren unternommen. Dies führte zu einer erhöhten Ausscheidung von Fluorid durch Tamarindern. Was aber noch interessanter ist, wenn man sich die Zahlen anschaut, ja, zum Beispiel in den Knochen, also im Oberschenkel, ja, und Schienbein und Waden. Ja, zunächst ohne Fluorid-Zugabe bei ca. 1000 ppm, also Parts per Million, ja. Nach Fluorid verdreifachte sich der Wert auf 3000, ja, das heißt enorme Akkumulation von Fluorid in diesen Knochenteilen. Dann nach Zugabe von Tamarinde erniedrigt sich der Wert, also sieht man hier von C nach E, das sind alles Konzentrationen, je höher konzentriert, ja, also E ist am höchsten konzentriert, Tamarinde, wieder auf 2000. Eine weitere kostenpflichtige Studie hat Schulkinder bis 18 Jahre getestet, ja, bei nur 10 Gramm Tamarinde pro Tag. Und, ja, dessen Fluorid-Exkretion, also Ausscheidung dann dementsprechend, ja. Wie man hier sehen kann, nach 24 Stunden führte dies zu einer 35% erhöhten Fluoridausscheidung. Was aber noch interessanter ist, dass Tamarinde sogar veranlasst, ja, weniger Minerale auszuscheiden, die der Körper benötigt, zum Beispiel Zink, Magnesium, Calcium, Phosphor. Ja, das heißt weniger von dem, ja, was wir nicht haben wollen in unserem Körper und mehr von dem, was wir eben brauchen. Das hilft uns dabei. Wirklich tolle Eigenschaft. Auch die Antioxidantien schützt die Tamarinde im menschlichen Körper, ja, durch den oxidativen Stress, der ausgelöst ist von Fluorid. Ähnlich wie Kurkuma und Selen und Vitamin E, ja, schützt sie jene. Auch hier wurden enzymatische Antioxidantien getestet, ja, wie man hier sieht, bei der Zugabe von Fluorid, ja, sieht man einen starken Einbruch auf einmal, ja. Jener bei Säugetieren. Doch je höher die Konzentration von der Tamarinde, hier bis zu 20%, einmal markiert habe ich das für euch, normalisiert sich der Wert immer weiter. Ja, also abschließend kann man sagen, also in pflanzlichen Lebensmitteln sind reichlich Substanzen, die einen vor den Folgen von zu hohem Fluoridkonsum schützen. Und Tamarinde eignet sich als bestes Mittel ohne Nebenwirkungen, um es nachhaltig aus dem Körper zu entfernen und sogar, ja, Folgen zu lindern, also beides. Ja, ich habe, ja, verschiedene Pasten habe ich einfach mal dort, ja, konzentrierte Pasten einfach mal verlinkt, die ich auch selber mir gekauft habe und meine Kur machen werde. Ja, ansonsten bedanke ich mich sehr fürs Zusehen, also das Liken, Teilen und Kommentieren wäre sehr, sehr schön. Und abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt, auf die Glocke drücken, damit ihr auch wirklich informiert werdet, wenn ein neues Video überhaupt kommt. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Wir sehen uns.